Ja, das ist ein schönes Bier. Komm. Guten Abend. Hallo. Vielleicht ist er schon dabei. Wie ist das? ... Ich kenne das gar nicht. Es ist immer besonders wenn ich kann sehen, dass Kinder lachen und Spass haben und dass ich helfen kann mit ihr. Das ist aber ein sehr schöner Weg. Ganz viel. Ganz viel? Ja. Ganz viel Spaß. Ich hätte auch ganz viel Spaß. Oder wir haben ganz viel Spaß gerade. Ich habe sogar ein Autogramm von dir bekommen. Von Eva. Ja. 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 Oh. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.